Zürich hat nicht nur das Zurich Film Festival, sondern auch das Jesch. Das sind die jüdischen Filmtäge. Jesch ist hebraisch und heisst so viel wie «toll» oder «wir haben es geschafft». Eine Euphorie, die auch gestern bei der Eröffnung vor der fünften Ausgabe zu spüren war. Schliesslich ist das jüdische Filmschaffen enorm vielfältig. Gratulieren kann man Ihnen noch nicht. Den prominenten Teilnehmer der Tanzshow darf ich im Schweizer Fernsehen bitten. Morgen muss sich die zweite Gruppe der prominenten Kandidaten qualifizieren. Denn auch in der zweiten Qualifikationsshow kommen wieder nur drei von fünf weiter. Wir lassen nichts anbrennen. Das ganze «Ich oder Du» seht ihr dann am Sonntagabend um 10 vor 7 Uhr bei «Glanz und Gloria Weekend» auf SRF 1. Nicht erst am Sonntag, sondern gerade hier bei unserer Sendung winkt euch ein niegelnagelneues Auto. Schaut mal an. Gewinner auf «saf.ch//glanzundGloria». Wir von «Glanz und Gloria» drücken euch den Daumen und auch den beiden frischen Gesichtern, die Ende März hier an meiner Stelle stehen Loredana und Kilian Bammert. Das ist ein junges Ehepaar, das zusammen einen Reisenblock hat und ihren Follower besser bekannt ist als «Saturday and Sunday». Sie werden unsere Sendung eine Woche lang mit ihren Themen gestalten und auch moderieren. Ein Experiment, das Social Media und Fernsehen verbindet. Das wird sicher spannend. Wir sehen uns am Sonntag bei «Glanz und Gloria Weekend» wieder. Euch jetzt ein schönes Wochenende. und hopp wieder schauen miteinander.